So, alles, was fit macht. Alles klar. Zehn Streichel? What? Okay. Okay. Da der Wanst des Nachbarn immer größer und dicker wird, hat er sich entschlossen, etwas für seine Fitness zu tun. Vom Gewichtheben über Yoga bis hin zum Trampolinspringen versucht er alles, um seine Figur wieder in halbwegs erträgliche Formen zu bringen. Doch Ruhe wird er sich sicher nicht finden, wenn Wudi unterwegs ist und ihn auf Trab bringt. Alles klar. Alles klar. Sporttasche. Okay, er holt sich hier irgendwas und füttert dann wieder die Fische. Dann geht er zu der Matte. Die ist hier unten, okay. Hier über den Schraubenschlüssel. Alles klar. Hier ist nichts. Okay, haben wir Anaboliker. Okay. Zack. Ich fange einfach mal mit dem Fischding an. So. Kommen die Anaboliker da rein? Ja, okay. Vielleicht will ich doch noch was übersehen. Da ist nach da. Nach da. Anaboliker Fische. Das Gummiband nach dort. Geht das? Ich muss die noch irgendetwas übersehen haben. Kann ich nochmal Werkzeug holen? Yay! Irgendwas? Autoteile, was? Okay, Moment. Ich glaube, ich habe die Reihenfolge raus. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube. Holen wir erstmal wieder alle Sachen. Zack. Äh, Werkzeug. Autoteile, Stromkabel. Diana Bonica. Also fangen wir jetzt schon mal mit dem Trampolin an. Eins. Zwei. Drei. Drei. Okay. Murmeln. Hier, dann jetzt die Säge. Fünf. Stromkabel. Sechs. Wir müssen die Murmeln hier hin. Kann auch sein, dass die da hin müssen. Das Band sieben. Sprungseil acht. Jetzt fehlen nur noch die beiden Streiche oben. Okay. Hahaha. 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 Okay. Das sah witzig aus. Hahaha. Streich Nummer zwei. Blup. Streich Nummer vier. Streich Nummer fünf. Aber ich hoffe, das passt zeitlich. Okay, ich streiche Nummer vier. Oh. Nicht aus dem Bild gehen. Streich Nummer fünf. Und dieses Atmen, ey. Streich Nummer sechs. Wieder drei Prozent. Äh, 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 äh. Okay. Streich Nummer sieben war noch ganz knapp. Hat aber funktioniert. Alter, wie oft willst du die Animation noch machen? Oh. Okay. Streich Nummer acht hat auch funktioniert. Oder ich muss halt die Murmeln echt woanders hinlegen. Obwohl das auch keinen Sinn ergibt. Acht. Okay, wenn das andere jetzt sieben gibt und drei Prozent. Bonus, dann... Der wird nicht nur vier Prozent geben, der Streich, oder? Never. Ich darf, Leute. Nur zwei Versuche gebraucht. Easy. Dipp, 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 dipp. Nice. Dipp, 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 dipp